Hallo, ein Video zur Transformationsmethode. Eine Methode, um Zufallszahlen mit einer bestimmten Verteilung zu erstellen. Das Ganze in diesem Video eher grafisch, um zu zeigen, was da grafisch abgeht. Ich habe zur Sicherheit mal einen Cheat-Sheet hier oben mit den einzelnen Schritten der Transformationsmethode mit reingemacht. Das soll auch schon genug sein. Wir wollen direkt starten. Das hier ist unsere Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Das soll e hoch minus x sein, für alles x, was größer als 0 ist. Wir stellen fest, das geht hier bis unendlich. Ich mache mal das so. Und für unser erstes Beispiel will ich die Antwort mal vorwegnehmen. Und die Inverse der kumulativen Funktion, diese hier, sieht ungefähr so aus. Man könnte auch sagen Interpolationsmethode. Das ist der natürliche Minus, der natürliche Logarithmus 1 minus x. Wir stellen übrigens fest, dass das niemals die 1 erreicht. Das heißt, hier steht zwar von 0 bis 1, aber das Intervall geht eigentlich in unserem Fall nur von 0 bis kleiner als 1. So, wie kommen wir jetzt von dem Ding auf dem Ding, auf dieses Ding? Oder wenn wir das Ganze berechnet haben und uns dann unser Ergebnis hier anzeigen lassen, plotten lassen, wie können wir dann feststellen, ob das richtig ist? Dazu merken wir uns einfach erst mal, das ist der Bereich hier, wo Zahlen relativ häufig vorkommen. Also eine 1 oder eine 2 kommt sehr häufig vor. Oder eine 20 oder eine 200 kommt schon fast nie vor. Und die Bereiche, die zeichne ich jetzt mal ein. Wir haben diesen Bereich hier. Das ist der Bereich, der oft vorkommt. Und wir haben diesen Bereich hier. Ich weiß, er geht bis in die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter. Aber das ist ein bisschen schwer zu zeichnen. Deswegen mache ich mal hier so einen Stopp rein. Das ist der Bereich, der selten vorkommt. Warum kommt der selten vor? Was sagt uns an der Kurve, dass er selten vorkommt? Und die Tatsache, dass das hier niedrige Werte auf der Kurve sind, diese Tatsache sagt uns, dass die eher selten sind. Und dadurch, dass die Werte hier hoch sind, das heißt, das sagt uns, dass die Werte sehr häufig vorkommen. Hohe Werte häufig, niedrige Werte selten in der Wahrscheinlichkeit. Ich hoffe, das ist klar, was hier passiert ist. Und jetzt malen wir mal hier ein paar Bereiche, nenne ich sie mal ein. Ich mache mal hier so einen kleinen Bereich. Ich übermal mal die 1. Das ist ein relativ kleiner Bereich. Und das ist ein relativ großer Bereich hier. Wir stellen fest, hier der kleine Bereich. Da ist die Kurve sehr, sehr steil. Wir können auch mal hier so die Dings nach oben ziehen. Ich sollte vielleicht auch gerade mal die Gelegenheit nutzen und die Farbe wechseln. Das geht nach oben. Dieser Bereich hier. Der geht bis ins Endliche weiter. Und jetzt gucken wir uns an, was hier passiert. Dieser kleine Bereich hier ist für einen unglaublich riesigen Bereich hier auf der Y-Achse zuständig. Und dieser sehr große Bereich hier ist für einen sehr kleinen Bereich auf der Y-Achse zuständig. Das sind jetzt falsche Zahlen, die ich hier einsetze. Aber sagen wir mal, das ist 0, hier ist 5 und hier oben ist unendlich. Dann ist dieser kleine Bereich von, ich sage mal, auch wieder erfundene Zahlen von 0 bis 0,9. Dieser Zahlenbereich ist für 0 bis 5 zuständig. Und dieser kleine Zahlenbereich dann bis kleiner als 1. Der ist für 5 bis unendlich zuständig. Also ein riesiger, massiver Zahlenbereich. Achso, vielleicht nochmal zur Erinnerung, dass es jetzt nicht verloren geht. Diese Funktion, diese Inverse f von x, das ist diese hier. Und da tun wir ja die Zahlen rein, was jetzt hier im Schritt 4 auch steht, von 0 bis kleiner als 1. Und da kommt dann raus dieser Bereich. Dieser Bereich, dieser x-Bereich hier kommt dann da raus. Das heißt, der Bereich von 0 bis unendlich kommt da raus. So, und bevor ich jetzt versuche weiter zu erklären, wir machen einfach mal ein, ich nenne es mal Experiment, wo wir einfach mal gleich verteilte Zufallszahlen hier, also hier gleich verteilte Zufallszahlen packen wir in diese Funktion. Das heißt, auf die x-Achse und gucken mal, was passiert. Die sollen jetzt im gleichen Abstand sein. So sehen die dann aus. Dann stellen wir fest, dass hier viermal haben wir diesen Bereich hier getroffen und einmal nur haben wir den kleinen Bereich getroffen. Macht auch Sinn, weil der kleine Bereich ja viel kleiner ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir im kleinen Bereich landen, ist natürlich auch viel kleiner. Ich hoffe, das ist klar. Das heißt zum Beispiel, beim ersten Mal wurde die Zahl 1 getroffen, beim zweiten Mal wurde die Zahl, also, Entschuldigung, das ist dann 0, irgendwas und das wird dann in der Funktion auf 2 gemappt oder auf 3 gemappt. Also das passt natürlich hier alles mit den Zahlen nicht zusammen, alles erfundene Werte, aber als Beispiel auf 4 gemappt. Während das hier dann auf, ich weiß nicht, 300 gemappt wurde. Und jetzt gucken wir, die 1, 2, 3, 4, das ist vielleicht hier 1, 2, 3, 4, die kamen jetzt schon, nach 5 Versuchen kamen die ein paar Mal vor und die 300, die kamen jetzt einmal vor. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar, was hier passiert ist. Und als Zusammenfassung von dem Ganzen, was ich hier erklärt habe, kann man jetzt sagen, wenn die Funktion hier steil ist, dann heißt das, dass das relativ selten vorkommt. Warum? Steil heißt, dass das hier ein kleiner Bereich ist und kleiner Bereich heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unsere gleich verteilte Zufallszahl hier landet, relativ gering ist. Oder man kann das auch so sagen, wenn der Wert hier klein ist, dann ist der Wert hier steil. Oder so, wenn die Kurve hier niedrig ist, dann ist die Kurve hier sehr steil. Je höher die Kurve hier ist, desto flacher ist die Kurve hier. Deswegen hier, wo es häufig vorkommt, das ist natürlich unglaublich dumm gewählt mit der Farbe hier, hier, wo es häufig vorkommt, ist die Kurve sehr, sehr flach. So, ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Jetzt können wir das Ganze mal umdrehen sozusagen. Wir gucken uns die Betragsfunktion an. Das ist die Funktion von Betrag x und wir wissen natürlich, unter dieser Kurve hier muss ein Halb sein, oder ich setze das jetzt mal so fest, hier ein Halb, hier ein Halb. Das heißt, daraus folgt, dass hier eine 1 steht und hier eine Minus 1 und hier ist ein Halb. Wer das nicht versteht, der sollte sich das nochmal genauer angucken, warum das so ist. So, wie muss jetzt die rechte Seite hier aussehen? Wie sieht unsere inverse kumulative Funktion aus? Zunächst mal wissen wir, dass wir diesmal unsere y-Achse ein bisschen weiter in der Mitte zeichnen müssen. Ganz simpel kann man das damit begründen, hier sind wir im negativen Bereich und im positiven Bereich, deswegen brauchen wir hier y auch negativ und positiven Bereich. Genauso wie wir, achso, genau, in diesem Fall hier hatten wir nur positiven Bereich, deswegen hatten wir hier auch nur positiven. Hier hatten wir nichts, weil wir auch hier nichts hatten. Das steht also irgendwie zusammen. So, und jetzt wollen wir auch hier wieder unsere Bereiche einzeichnen. Ich mache das jetzt mal so hier. Das ist der Bereich, hier ist der Graph relativ niedrig. Diese Zahlen hier kommen eher selten vor. Und diese Zahlen hier, da ist der Graph sehr hoch, die kommen sehr oft vor. So, und hier auch sehr oft. Wir haben also diesmal zwei Bereiche, die oft vorkommen und einen Bereich, der selten vorkommt. So, ich mache das mal so. Das heißt, nach dem, was wir jetzt eben gelernt haben, wir haben also einen seltenen Bereich, da muss die Kurve dann irgendwie sehr, sehr, sehr steil sein. Ich mache es mal so. Und einen Bereich hier, wo die Kurve vielleicht eher flach sein muss. So oder so oder so oder so vielleicht. Das ist jetzt noch nicht ganz klar, das gucken wir uns jetzt an. Wir gucken uns erstmal an, was wir noch wissen von den Grenzen hier ausgehend. Das hier ist auf der x-Achse geht von minus 1 bis plus 1. Das heißt, auch hier müssen wir von minus 1 bis plus 1 gehen. Ich hoffe, das ist klar. Das ist deswegen so, weil wir, das hatte ich euch hier schon erklärt, die Inverse der kumulativen Funktion zeigt ja hier auf die x, also auf die Werte der x-Achse hier von der Ursprungsfunktion. Das heißt, diese y-Achse und diese x-Achse sind irgendwie miteinander verbunden. Genauso ist das hier auch. Hat dieselbe Skala. Wie sieht die Skala auf der x-Achse hier aus? Ich hoffe, das ist klar, dass das hier bis 1 gehen muss und das hier muss 0 sein. Warum ist das so? Weil wir nämlich dieses Intervall haben hier von 0 bis 1. In dem Fall können wir sogar bis hier mit einer geschlossenen Klammer gehen. Ich mache das mal wieder weg, weil das jetzt hier oben gezeichnet wurde. So, wir kennen also jetzt unsere Grenzen. So, wir wissen außerdem, jetzt wird es ein bisschen schwieriger vielleicht, dass unsere Graf, wir haben mit grün hier, unsere Kurve muss hier anfangen und muss hier enden. Warum ist das so? Ich mache das mal nur so halbherzig erklärt, weil wir kriegen ja diese Funktion hier. Das ist die Inverse der kumulativen Funktion. Die kumulative Funktion ist im Grunde nur die Stammfunktion von Minus und Endlich bis x. So, das heißt, die Stammfunktion oder das Integral von Minus und Endlich und in unserem Fall würde das bei Minus 1 anfangen, weil davor eher alles 0 ist, bis ein x-Wert. Das heißt zum Beispiel bis hier oder bis hier oder bis hier. Aber wichtig ist, es fängt hier an. Das heißt, es fängt bei Minus 1 an. Es fängt bei Minus 1 an und es hört bei 1 auf. Und es hört bei 1 auf. Okay, es geht von Minus 1 bis 1. Es geht von Minus 1 bis 1. So, ich mache das mal wieder weg hier. Okay, jetzt haben wir hier zwei Bereiche, zwei oft, einer selten. Wir machen erst mal, wir fangen am besten mal hier an. Das sind häufige Vorkommnisse. Ich mache das vielleicht hier mit meinem dicken Ding. So, das ist relativ flach, die Kurve. Und dann kommt was, was selten ist. Seltene Zahlen sind immer steil, wie auch hier. Wir machen also eine sehr steile Kurve. Und dann kommt wieder was, was häufig ist. Da kommen die Zahlen wieder häufig vor. Das heißt, wir haben wieder eine flache Kurve. So sieht das dann aus. So, und damit haben wir schon ungefähr herausgefunden, wie unser Ergebnis einigermaßen aussehen muss. Wenn wir uns das echte Ergebnis jetzt angucken, das sieht ungefähr so aus. Und dann waren wir doch gar nicht so weit von entfernt. So, und mit diesem zweiten Beispiel möchte ich euch in die Freiheit entlassen. Ich hoffe, es hat geholfen. Fragen, Kommentare in die Kommentare. Anmerkungen auch in die Kommentare. Und reingehauen. Also, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Also, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.